hallo freunde willkommen zu einer aufnahme von noscote heute ist der erste tag der close beta und schon ist die stimmung am arsch ja alles wurde mal gelöscht das ist ja super nee das macht uns nichts aber ich kann meine zwei klassen nicht spielen sentinel und scoutie sind weg inventar alles naja man kann sie kaufen wo waren sie jetzt ja neue skins haben wir und interessiert uns herzlich wenig ja in der alpha haben wir die die bis level 21 gekommen sind oder höher bonuspunkte gekriegt wie 10.000 gold und ja meine zwei klassen die ich nur spiele oder spielen kann kosten auch nur 9000 die gibt es nur permanent das ist jetzt echt ja sentinel scout bei den menschen kann ich nur mit scout spielen und beim vampire habe ich zum glück noch eine zweite klasse die ich spielen kann aber das ist doch gemein aber die sachen sind hier auch noch leute macht mal das ein bisschen besser ich mache hier riva und hier kommt scouter sachen wie soll das funktionieren ich kann doch das zeug hier gar nicht kaufen ich habe doch gar kein scout wo sind die riva skills da steht riva und da kommt was anderes hunter stimmt weil ich hier stimmt und heran ach nein wir haben keine tyrannenskills wow wir haben duma skills ja wir kriegen sogar später neue skills haben gestern abend gesehen so ja wir haben sogar ein spielmodus gekriegt neue rekruten team match und die siege die siegen sind aber noch nicht freigeschalten wir kriegen sogar noch eine neue klasse dazu das ist sefon dem sein klang kommt noch zu uns wenn ich das richtig gelesen habe ab level 10 da heute der erste tag ist und eigentlich erst in einer halben stunde ja eigentlich in einer halben stunde sehe ich ja dass hier schon welche spiel ja okay euch können scheine wir machen doch nein ich will scheine ein ach halt nein ich hole jetzt mein scouter mein lieber sentinel azale du kommst nicht mit aber ich nehme elix mit ich muss mein scouter scouti ich kann leider nur mit dem scouter spielen als mensch tut mir leid jetzt müsste das doch hier ein schalten sein okay jetzt habe ich blödsinn gemacht standard armor blablabla jetzt ist es freigeschalten ich habe mein elix wieder mein lieber azale du musst noch laden da müssen wir schon welche zocken jetzt schauen wir mal so kann ich nicht scheuen ja man und gleich geht's los wie immer muss hat azale noch warten aber ich kann ja dafür mit elix zocken aber einerseits ist es schon gut dass diese diese beide klassen ähm sentinel und der scouter ein bisschen ähm freischaltbar sind weil die sind schon ein bisschen wenn man mit denen spielen kann um eigentlich sind alle klassen überpowered wenn man sie spielen kann auf welchem server sind wir eigentlich heute clinician ja ich wurde gekickt ich darf noch nicht sprechen ich darf noch nicht spielen ich darf noch nicht spielen Vielen Dank.